Die Freibühlschule in Engstingen und die Baumann GmbH aus Lichtenstein haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Schulleiterin Dorothea Koch und der Ausbildungsleiter der Baumann GmbH setzten dabei die Unterschriften. Im Rahmen der IHK-Aktion Wirtschaft macht Schule vereinbaren Schulen und Unternehmen eine förmliche Partnerschaft, die eine langfristige Zusammenarbeit bei verschiedenen Projekten zur Berufsvorbereitung sichert. Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 lernen dabei betriebliche Abläufe und Ausbildungsberufe kennen. Im konkreten Fall gibt es bei den metallverarbeitenden Unternehmen Betriebsführungen, einen Projekttag und die Möglichkeit für ein Praktikum. Betriebe und Unternehmen haben gleichzeitig die Möglichkeit, sich den Nachwuchs von morgen zu sichern.